Herzlich Willkommen meine Lieben, ich bin mal wieder I'm so excited and I just can't hide it Denn wir haben mal wieder hier The Gönner G's Diesmal ein bisschen früher, beim letzten Mal waren wir noch in Griechenland Da war die erste Marge raus Und da habe ich gesagt, ich muss das Zeug probieren, wenn ich wieder da bin Und das haben wir auch gemacht Waren wir aber allerdings natürlich ein bisschen spät dran Jetzt sind die neuen Sorten glaube ich eine Woche draußen Aber wir räumen nochmal auf Tropical war glaube ich am besten Dann kam Coconut, Blueberry Coconut Schwierig, ich mochte beide nicht so gerne War mir zu süß irgendwie Ja, wegen dem krassen Geschmacksverstärkern Der Süßstoffe, also der Wie heißt das, Aspartam und so Dieses Zero Süßungsmittel Das ist ein bisschen in die Hose gegangen Und Tropical ging aber noch War so ein bisschen wie Fruchtsaft Multivitaminsaft Punica mit Kohlensäure Genau so So nach dem Motto Und jetzt hoffen wir natürlich Also wir haben wieder Dreimal mit Zero Nichts mit Zucker Was ja eigentlich Heutzutage gang und gäbe ist Weil man ja eigentlich auf Zucker verzichten möchte Man weiß natürlich nicht, was jetzt gesünder ist Ob jetzt tatsächlich Zucker gesünder wäre Oder ob Süßungsstoffe das gesündere sind Das entschließt sich jetzt hier natürlich total unserer Kenntnis Aber wir sind natürlich bestens vorbereitet hier Natürlich alle Getränke diesmal gekühlt Und jetzt hier auch mit Eiswürfeln Und ich würde sagen Wir haben White Peach White Peach fülle ich mal zuerst ein Weil da bin ich Das geht natürlich so in Richtung Eistee Würde ich jetzt mal behaupten Da bin ich sehr 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 gespannt White Peach spricht mich geschmacklich auch Auf jeden Fall an Dann haben wir Sweet Lemon Müssen wir mal schauen Das sagt mir jetzt Es ist schon ein bisschen Geruch hier In meine Nase Richtung gekommen Vielleicht wie Sprite Könnte in die Richtung gehen So sieht es auf jeden Fall aus Ein bisschen gelblicher Auf jeden Fall Willst du einen Cut drin haben? Nö Willst du keinen Cut drin haben Und dann haben wir noch Juneberry Jam Ui G steht für G Und das ist die Sorte Die mich persönlich hier am krassesten Wirklich von allen sechs Die bis jetzt rausgekommen sind Erhoffe ich mir von der hier am meisten Ich finde das sieht auch Also das sieht optisch ultra cool aus Findest du den auch? Die Farbe ist mega, ja Ich komme mal ein bisschen Ja, du kannst auch reinzoomen und so, ne? Also ich finde optisch Am besten bis jetzt Von dem erhoffe ich mir wirklich hier am meisten Wo waren wir letztes Mal nochmal beim Tasting? Beim Rating waren wir so glaube ich Bei fünf bis sechs Ich hatte noch ein bisschen höher gegeben Cheesecake und Coconut als du Da waren die bei dir ja komplett raus Ja Und Tropical hast du auch ein bisschen besser eingestuft Aber habe ich so gesagt Ist schon so eine siebenhalb Aber ich war ein bisschen großzügiger glaube ich Das war schon, ja Ich fand es schon sehr gut Du fand es sehr großzügig Was ich gewertet habe Umso gespannter bin ich natürlich heute Wir werden auch wieder beide tasten Damit wir Aber ich glaube ich würde mit dem schwächsten Geschmack anfangen Den ich für mich vom Gefühl her einschätze Und das ist hier Sweet Lemon Ich bin jetzt immer wieder aufgeregt Boah erinnert mich an was Es schmeckt aber genau das Was man liest Geschmacklich Auf jeden Fall auch wieder eine süße Note Ich schmecke Zitrone raus Aber woran erinnert mich das Irgendwo daran erinnert mich dieser Geschmack Kommst du drauf? Manchmal kommst du ja drauf Wenn ich nicht drauf komme Hattest du denn was von Sprite? Oder gar nicht? Ja aber süßer Süßer als Sprite Ja Viel süßer Das ist auch schon wieder nichts für dich Wenig Säure drin Das finde ich schade Ich glaube es ist mir auch ein Ticken zu süß Schmeckt irgendwie einfach Schmeckt so wie so eine Vitamintablette Die man im Wasser auflöst Also den würde ich jetzt wieder so Geschmacklich schon so zu den anderen Kokonat und Cheesecake Hinstellen Weil der auch so krass süß ist Ja Das muss nicht so süß sein Man könnte ruhig diese Zumindest irgendwie ein bisschen was säuremäßig mit reinpacken Das wäre cool So White Peach Von dem ich mir jetzt viel erhoffe Ja Aber auch Die ganze Zunge ist wie so ein Als hättest du so eine Zuckerdecke auf die Zunge Es ist wirklich Wenn ihr beim nächsten Mal da irgendwas macht Wenn ich da ein bisschen mit rein drehe Nehmt ein bisschen diese krassen Süßstoffe Oder Geschmacksverstärker raus White Peach Hat aber auch ein Ticken was Von Tropical Geht wieder so ein bisschen Richtung Tropical Aber man schmeckt auf jeden Fall den White Peach Aspekt Schmeckt wie Pfirsichringe Ah Pfirsichringe Krass Pfirsichringe Ja Da hast du ein gutes Beispiel genannt 1 zu 1 für sich Regeln Krass Oder Hast recht Ja Geht schon sehr sehr stark Aber Es gibt doch auch irgendwas Was einen hier so dran Was war das Müsste ich nochmal probieren Obwohl für mich war es wirklich So eine Tablette A bis Z Ja Also White Peach auf jeden Fall besser als Ja besser Aber auch nicht gut Auch nicht gut Ne Ist nicht so dass man sich das jetzt krass einwegsaugen könnte Ja Weil guck mal Ich finde bei Pfirsichring Hast du so die Süße Aber auch so ein bisschen Sauer sind hier immer Ne Und da hast du nur dieses Süße Es ist too much Ne Ja Wie gesagt Es muss nicht so süß sein Es ist doch geiler Wenn es erfrischender ist So ein bisschen so auf natürliche Art und Weise Weißt du Wie so eine Apfelschorle zum Beispiel So eine Bio Apfelschorle Ja geil Die knallst du dir ja so weg Die ist ja total erfrischend Und auch isotonisch Gesund Ne Trotz Zucker Ja Nach dem Sport Nach dem Sport auf jeden Fall In Maßen Es ist gesund Und isotonisch Wirkt isotonisch Der Körper kann das Zucker Direkt umgenerieren Den Glucosespeicher Wieder auffüllen Und aber Das ist ja das Weiß ich nicht Aber Kommen wir jetzt Jetzt bin ich gespannt Also es sieht ultra geil aus Also ich muss wirklich sagen Guck mal wie der Eiswürfel da drinnen aussieht Geil So kristallig So kristallig Siehst du das Also es sieht richtig crazy aus Gucken wir ob es ausschmeckt Also von der Geschmacksentfaltung Lass ich dich jetzt mal probieren Ich bin gespannt Aber was ist überhaupt diese Juneberry Junibeere Äh Beere Blaubeeren ne Irgendwas mit Blaubeere Echt Würde ich jetzt im Bild hier daraus erkennen Also dann nimmst du auf jeden Fall zweimal dran Das ist schon mal ein Zeichen Vielleicht Ich musste das jetzt nochmal Aber hast du auch diese Mir ging so ein Geschmackszyklus durch den Kopf Das war total crazy Hast du das gemerkt? Ja Ich hab's bei dir gesehen Bei mir Also es schmeckt auf alle Fälle am besten Von allen Sorten Also Geschmacklich Geistesgestört gut Du trinkst es Und durch die Zunge Durch die Synapsen Merkst du richtig wie Diese Botenstoffe gesendet werden Von diesem Geschmack Das ist komplett geistesgestört Wirklich Das ist krank Ja Ich würde es genauso beschreiben Du trinkst es Die Zunge nimmt es auf Und dann merkst du so im Kopf So diese Ja Frucht einfach Aber ist das Blaubeer? Ne Blueberry ist Blaubeere Was ist das denn? Heidelbeere? Juneberry Eine Heidelbeere ist ja eigentlich auch eine Blaubeere Was ist denn Juneberry? Ist das auch Blaubeere? Ich weiß nicht was Juneberry ist Jetzt kein Scherz Ich muss jetzt googeln Mach das mal Was ist Juneberry? Ich hab keine Ahnung Aber Das kann man auf jeden Fall Äh Einführung Juneberry ist eine kleine runde Beere Mit einer dunkelblauen Bis viel Löttenfarbe Sie ähnelt optisch der Heidelbeere Okay Welte Geschmacksexplosion Mehlbeere Anscheinend Hab ich das richtig hier auch gekostet Und jetzt Geschmacksexplosion Das war das Was hier gerade vorgekommen ist Das ist hier auf jeden Fall Ne Also Der Top Also wer auf eine Bock hat Auf eine Fruchtexplosion Ne Mit so Energy halt Und leicht mit Kohlensäure Der ist hier einfach nur am Start Der ist hier einfach nur am Start Safe Platz 1 Auch von allen Geschmäckern Aber Ja das ist Das ist Das ist mir zu süß einfach Da könnte ich gar keinen halben Liter von saufen Ne Muss ich hier einfach ehrlich sein Weißt du Ich bin ja Ich hab's auch im ersten Video schon gesagt Wo greift man als erstes rein Wenn man sich irgendwie mal ein Energy holt Wir trinken ja eigentlich sehr sehr viel Kaffee Wenn überhaupt Kauft man sich ein Red Bull Ich kaufe mir meistens das Schwarze Weil es erstens Zero ist Und zweitens so einen eigenen Geschmack nochmal hat Anstatt das blaue Sugar Sugar free Red Bull Und da musst du ja schon wirklich Bock drauf haben Normalerweise holst du dir da so einen Rockstar Oder so einen Monster Die sind hier mal in der 500ml Variante Da musst du ja schon richtig Bock haben Die einen hinter dem Kahn zu kippen An Energy Ja also Ich bleibe weiterhin beim Red Bull Muss ich sagen Wenn es mal ein Energy sein soll Was wirklich zweimal im Jahr vorkommt Dann Ist aber auch kein Frauengetränk Halber Liter Ne Dann trinkst du mal 500ml Liter Energy Dann müsstest du schon vielleicht Dein Lieblingsgeschmack haben Wo du sagst Okay den ziehe ich mir jetzt mal rein Ja Ist wahrscheinlich Und bleibt eher so ein jugendliches Getränk So ein Tränketränk Ja genau Würde ich einfach sagen Ja die Dosen sehen ja cool aus Muss man zugeben Ich finde die sind echt chick eigentlich So mit den Farben Hat er gut gemacht Aber den würde ich tatsächlich auf Platz 3 setzen Ähnlich zu den anderen beiden Ja Den würde ich auf einer Stufe stellen Mit Tropical Ist auch fast dieselbe Dose Ja das stimmt Das passt Das sein Hier haben sie auf jeden Fall Einen Fortschritt gemacht Das hatten wir ja gesagt Wir hatten gesagt Dass er angeteasert Dass er neue Sorten rausbringen möchte Und ich gespannt bin Ob man die toppen kann In diese Richtung wird es gehen Ja Muss man einfach sagen Lasst mir gerne eure Resonanz In den Kommentaren da Weiß man einfach Hier so ein spontanes Ankattes Tasting mal wieder Ich feiere ja sowas Ja Mit der Frau hier Sag mir mal eure Meinung Was ihr dazu sagt Würde mich auch mal interessieren Was so bei deinen Zuschauern Der Favorite ist Genau Schreibt einfach mal in die Kommentare Was ihr dazu sagt Der ist für mich hier auf Nummer 1 Wenn man Bock hat Auf einen fruchtigen Energy Haben wir jetzt schon tausendmal gesagt Aber Endresöme Und hier auf jeden Fall Klassischer Fortschritt Und vielleicht beim nächsten Mal Wenn mich irgendwer hört Bitte nicht so süß Und vielleicht sowas Richtung einfach Erfrischung Isotonisch So ein Erfrischungsgetränk Mit einer Note Energy Echt mal Montag Und fertig Dann mach aber auch immer So Hat euch das Video gefallen Lasst gerne einen Daumen nach oben Und einen Kommentar Wie eure Meinung da Für den Algorithmus Dann pushen wir mal ein bisschen Diesen Kanal hier Und mal gucken Wo wir uns im nächsten Video sehen Bis dahin Freunde Ciao Wie viele Minuten waren das? Zwölfeinhalb